Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel L.P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir den letzten Auftrag abgeschlossen, den uns die Schattengrille ja aufgegeben hat. Und ja, wir haben jetzt den Auftrag bekommen, hier so einen Oberpriester-Makka-Typen irgendwie zu erledigen. Weil, warum nicht? Zerstören. Und ja, dafür sollten wir in die Taverne gehen, weil wir müssen bis zum Abend warten, weil der tut immer abends da sich einen rauchen, äh, ich meine, am Balkon beten und so und ist dann immer alleine und dann können wir den perfekt erledigen. Also, los. Äh. Äh. Ah, was? Ach, hättest du noch nur den früheren Wirt kennenlernen können? Mein geliebter verstorbenen Gatten? Junge, freche Dinge hat der immer sehr gemocht. Oh Gott, Bibi-Gasthaus. Oben steht ein Zimmer vor euch beide. Wollt ihr euch jetzt aussuchen? Ja. Ich muss auch noch dafür bezahlen, ey. Du kannst mich mal. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Noch mehr... noch mehr... noch mehr... Noch mehr... Ah! Ich war nicht... Ich war nicht... Aber... Ich habe die Hüte... Ich habe die Hüte... Ich habe keine Augen, zuhause, Veldet... Ich habe die Hüte... Ich... 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 Oh, Gott... Echo... H-Wum... W-Wum... V-Wut, wie... Lass mich... Ju-Jug.. Ty... Entschuldigung... mal genug war es die ganze zeit okay und wir halten uns auf jemand töten ich habe noch nicht mal die neue sache nein okay damit meine und jetzt wo keine quest gespräche oder so seien speichern okay was da war da meine güte wo der stirn ist du hast einen roten schal und du auch warum nicht auffällig an die vorher schon rote schale dazu über mich kommt ja nicht in die wälder die personen die nachher so findet ihr da vorne dann hätte ich das schön vergleich können nachher die expedition natürlich zeitig jetzt nicht so gut sirenencrew also dafür flaggen kriege irgendwann mal ein eigenes schiff oder was wir finden wir noch ein paar sachen dann sagt sie haben Vielen Dank, mein Herr. Es ist ein Wunscherz. Das ist ein Wunscherz. Wunscherz. ja ja eine unheimliche organisation Ich weiß, was ich auch schon gesagt hat, was ich auch schon gesagt hat. Ich habe auch schon gehört. Die Leute sind die Beleidung der Beleidung. Beleidung der Beleidung? Das war früher. Der Mann in der Kirche von Kassi-Chun hat sich in den Kassi-Chun. Der Mann hat sich in die Luft geflogen, aber... Bok bok bok! Huch! Er hat sich nicht zu überrascht, dass man ein Mann zu verletzen hat, die Hoholung zu verletzten. Das war er und die Kassi-Chüse-Aberin hat zwei Informationen. Ein? Ein ist das Menschen, der Menschen durch die Welt. Ein ist das Wann-Büse-Aberkuchen. Wenn das Wanns-Büse-Aberkuchen wird, wenn man einen Zettel und Waaah! kann zum sehr schön schlitzig und dann magelow und soll hat so da muss man nicht hin okay in den zeichnungen nach zu schließen müsst ihr eine enge passage durch werden um die will ja zu gelangen bei der figur bleibt ihr vielleicht noch stecken danke für die wahre ganz auch nicht eine dame ins gesicht sagen auch wenn diese dame welt ist und die alles andere als damen machte sachen macht nur ganz schalter bestehende wasserwege trocken legen und neue wege frei zu machen ich war nur probieren ob man eine beckung kann und kann man ja warte mal da ist eine sackgasse da müssen wir als erstes den logischen schlussfolgerungen ich wollte eigentlich ausgehen so ein bisschen trainieren so wenn ich so zehn minuten warten jetzt meine expedition zurück ist aber wer wird war wieder kurz vom level up und hat einen strich durch die rechnung gemacht ja ich weiß warum tue ich nicht einfach der blab auf screen abholen aber lasst mich schon alles hier reinkommen ins projekt dass ich mir mal anguckt wog ort wo coloring wir zwei wege her in überhaupt monster kommt mir aber kann veräußerten gebiet aus forbid web bronping charter konnten es hat mich irgendwie so das erste gebiet wo war ins seria waren auch unter diesen tempel oder so ich dachte dass ein bisschen stärker ist wie ich wahrscheinlich seit ihr 18 sein längst ein meine güte größte schaden kann man euch ein paar neue ausschließungsgegenstände und so hinterlassen wenn es geht dann gehen wir langsam nimmt aus in der pieters explosion kalt sieht euch vorgesehen des kraft leeren ringen ja den habe ich schon genug so du hast nichts neues so hat neben ein jahr damit ihnen stärker ja nehmen wir kalt sieht euch jetzt gehen uns immer mehr die klamotten aus wie war ich habe ich noch nicht warum gehe ich mit dem gegner aber wo komme ich die ganze zeit neue dinge an noch mehrere dinge überhaupt einzusetzen gegen titel und so dann mache ich solche fehler haben wir ja nochmal ein dem wasserlauf ich habe es nicht aber ich habe es nicht das ist das ist das ist Wir gehen nochmal nach oben. Wo wir uns in der Weg hin, wie sie eigentlich mit der Kochenfähigkeit von Okoro aus, aber noch eins, nämlich mal echt dran halten, ja, der Kochenerfahrungspunkte, mit den Kochenerfahrungspunkten. Und da ist ein Sack, also gut, oder kann man darüber springen? Bist du da? Bin ja. 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 Bin ja bitte jetzt nicht da anonym der goldenen, die kann ich mir Paris machen. Oh Gott, mammut sich mir als keine gedanken machen, wenn sich mal geg primo endlich mal uns anschließen würde. nicht mal im letzten moment hier welt ja wegnehmen ja von den gegnern naja reicht schon wenn ich sehe durch ins team nehmen und wer wird rausnehmen wenn ich vorstehe ich sie im team haben muss da kommt sich das meine hand habe ich ein stereo so ein bisschen gestört wo soll ich es mal riskieren ich bin vielleicht jetzt tot da könnte richtig guter fahrer für mich bringe müde schade ja das perfekt moment und dann betreut gesehen ja dann erstmals ein gefährliches treffen überlebe jetzt hat wir hatten und nicht überlegt und du er noch mal noch mal ausgerechnet einmal eine gefährliche treffen schaffen das war ein richtig gut kommt warum kommt noch mehr von denen da kommen wir mal mehr von denen ich kann nicht so schnell weg kommen wie die neue leute rufen man sagt ja mein gott naja alles weg wir fliegen nur seelenbrecherliche gegner gesagt mein gott bekommt der her kann auch du bist du dich aufgott gehört gehört dass wir ja erfahrungspunkte sehen die blöde sehr wohl erfahrungspunkte 203 als winterwinde wahrscheinlich nichts geiles bekommen wieder zurück war es naja gut wenn ich mal so ein treff mir geschafft der erste was wir irgendwie hatten das war so außerhalb von logres glaube ich wenn man nicht überlebt ich wollte wer hat hier geschafft haben ok du mich auch dann weiter da war nur ein weg das ist gut oder das teuer schmeckt gut sie in so ein bisschen aus wie die ruinen das hysteria so ein neuer nein ein bisschen so aus super aber auch der schild bitte ja 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 noch nicht geladen soll was jetzt nicht so weit wird oder das ist halt also 16 mal voll ab geht schon wenn ich nicht haben kann darf niemand haben muss ich zerstören einfache logik nur weil ich satt bin kannst du noch länger nicht haben auch gott viele wege wo ich hin kann okay nicht mehr so viele wege wo ich hin kann stadtseite weg ja immer noch mal nach hier sind war gut nicht mehr so viele wege ausgezeichnet nutzen ich erlaffe es ja durch quetschen war hat hallo na möchte ich gegen dich kämpfen man haben wir mal sie ist sehr langsam aus aber ich bin auch irgendwo eine klarte so siehst du gerade die hat ich will aber selbst wenn man ein bauer als wesentlich das ist nicht so machen das geht nicht weg oder habe ich so für eine betäubung nicht weg zum kraten paar ich habe keine dinge wir kommen ja direkt von ihm ich habe noch ein müßiger und manche gesagt keine ahnung da ist er betäubt also ich brauche mehr dinge wirklich war noch mal um tut er so spät hier der verteidigung und heilung und wenige andere für so lange dein café deine kp taktik das ist auch um zu ändern männliche haltung was schaffen es denn zu betreiben durch nein das zeigt wieder Wow Oh Gut man Oh, ich kann es nicht mehr Oh, ich kann es nicht mehr da irgendwie nie jemand von selber ein abzug für ach du kannst nicht warum wegen leben wir bekommen 900 vergaß eisen hat niedrigste verteidigte kommt auch nicht los aber knapp was ich ja ja und auch nicht los sonst hat er immer noch nicht hier sonst noch selber immer noch nicht ging es hat genug war sehr was gar nicht er hat er mit einem seele abzubekommen schnappt ich schnappt er fragt noch einmal das war meiner punkte 0 ist dann kalt sie feste wenn er auf mittlere schweigere höhe die fähigkeit eine zuverlebtigkeit aus den ideen elementarscheren verringert erlebungen das kacke mich so schon gemerkt so war ja von 4 level 1 rezept jahre haben wir sogar genug zeugs reisen das kochelle erhöht die chance denn ins weste und du hast jetzt doch du hast noch was gut ausgezeichnet mehr maximal kp weil ich schon ein bisschen früher nehmen sollen und war schon wieder alles voll war muss nicht angeboten aus normal angefangen so gefühl ich nehme den mann wir gehen echt die sachen ja zum aufleveln aus ja jetzt nichts mehr wenn ich gut wir tun ja jenes wie ich dafür begegnen auseinander nehmen so muss das ich noch gerne so lange weit spielen bisschen speichern punkt hier finde ich habe das gefühl das wird nicht mehr der fall sein und da kommen wir da war nichts mehr automat wasser abstellen okay also mal sagt was gut ist oder soll jetzt nass zum handel wind ring gut problem ist jetzt haben wir schon genug von denen wir wollen nichts mit dem speichern punkt hier in dieser folge da ist eine katztruhe genau schon vom weiten erspielt oh 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 da war doch nicht mehr so priester gedeon ich hab mal vor dem typen da gemacht sie noch nicht kämpfen muss das ist Die Zeit, die Heiligen und der Heiligen-Kirche sind von den Menschen gegründet worden, aber seit 3 Jahren, die Kankodori haben sich gefördert. Als ein schweres Witz war, hat das die Heiligen-Kirche immer noch an der Heiligen-Kirche, Gideon zu haben. Aber das war, dass der Heiligen Geist auf die Heiligen-Kirche und die Heiligen-Kirche haben, die Heiligen-Kirche ist, als er in Gouma-Tai-Zun zu verhält. Es gibt keine Liedsfehlungen, die nicht nur die lokalen Hand aufgenommen werden. Die Verletzung der Verletzung der Streichung über die Verletzung statt. Die Verletzung der Streichung der Streichung ist so, dass es vor allem eine schmerzige Gelegenheit ausgeschlagen wurde. Die Verletzung der Streichung der Streichung und die Verletzung der Streichung überwiesen wurde. Die Streichung der Streichung die Streichung für den Streichung, haben alle verletzten. Dass die Streichung der Streichung des Streichung? Lassen wir es bei Unfällen. Okay, das ist ohne Bedeutung. Wir werden einfach alles töten. Wir wissen schon, wer zu leibt. Man kann sagen, dass jede zweite Truhe mir immer noch irgendwas gibt. Ich glaube, ja, ne? Das geht, ne? Okay, aber sehr nett hat uns hier weiterreden lassen, um uns zu stören. Warte mal, da kam ich. Das sieht schon so wichtig aus hier. Das ist ein Fragezeichen. Da kam ich von hier. Das ist eine Truhe. Ich habe schon geöffnet, ne? Das ist schon so schlimm, ich zu sein. Die Expedition ist zurück. Ja, ich habe jetzt einen längeren Part, deswegen. Naja, wir sind Verlierer. Ähm. Warte mal, wie fehlt ihr mal noch ein paar Sachen? Ja, tu auch immer, was hier noch ist. Was hier noch fehlen ist, irgendwie finden verdammt. Schon wieder viel zu lang der Part. Äh. Äh. Ich hätte gerne einen Speicherpunkt und keine Cutscenes, wenn es geht. Das wäre jetzt so der perfekte Abschluss für mich noch. Keine Cutscenes und ein Speichepunkt. Joink. Dann bin ich zufrieden. Hm, 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 hm. Beth, viel früher anfangen sollen zu kochen. Näh. Dort noch ewig bis hier irgendwie voll hoch aufgelegt. Jetzt geht er, glaube ich, bis Level 20 bei jedem Charakter. Er wird ewig dauern. Die Kämpfe muss ich in der noch machen. Hier sind wir noch mehr Gebiete. Ja. gegner aus dem weg vielleicht nicht so klug ist aber ich habe irgendwie er hat mir keine erfahrung gegeben ich habe einige gefährliche dinge uns gemacht die hat mir 200 erfahrungspunkte gegeben hat reichter ja machen wir das auf sind neue sattgassen sowie das aussieht also ich habe schon bekämpft genau trotz legen möchte stören nicht haben darf dann darf da niemand haben das eine seele war zwei zum glück bin ich erst nach rechts gegangen das war so ein loch da geht es nicht weiter oder ja ich habe mich losgegangen ich bin da gerade am feststecken gewesen da bin ich ihnen für ich habe kann sich auch von mir teleportieren hat salz gerade nehme ich so aus warum nicht zu einem speichern punkt da sieht man ja so richtig aus attentat auf gehe und so ist unsere mission ich möchte meinen ganz weg zurückgehen und zu gucken was da ist ja man oh gott hat sich angeheizt sich irgendwie ein tolles porzellan setting kaputt kam ach hier sind wir gut kommt ihr auf einmal her ich sehe euch gar nicht kalt sieht von naja ja das könnt ihr euch mal abschreiben ganz schön gefälligte treffen noch am ende ist partie mache wegen so einen kalt sieht von männer auf den porzellanen schrank kaputt zu machen ja der schrank ist aus portland im schrank ist kein portland drin der schrank ist aus portland hört auf dem portland kaputt zu machen ich trete mit meinem fuß in einem portland schon der voll mit portland tellern mensch höchst ist also hat ultimative fuck you immer noch kein speicher mark war es lang genug müssen wir in zwei aufteilen oder wie das ist eine beiche punkte ausgezeichnet der buch mal auf karte angezeigt man ok dann werden wir in ein paar bänden gut keine katzen der nächste folge werden wir wahrscheinlich sind gedeon tüten und ja noch eigentlich ein paar leute unzufrieden machen und böse sachen tun und so er wird dann bedanke ich mich alles für zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten folge tschüss